Schnell, schneller, Sonic Generations. Der blaue Igel feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Wieder einmal müssen sie die Welt retten, Ringe sammeln und durch knallbunte Spielwelten rasen und springen. Ein düsteres Monster schickt Sonic und seine Freunde in die Vergangenheit. Dort trifft der schnelle Igel auf sein altes Ich, den vielleicht ein klein wenig dickeren Sonic von 1991. Die beiden blauen Sprinter müssen gemeinsam ihre Freunde befreien. Mal von links nach rechts, mal eher 3D. Je nachdem, ob sie mit dem Retro-Igel oder der moderneren Ausgabe unterwegs sind. Hier und dort wartet auch so manches Minispiel auf sie. Um ihre Fähigkeiten zu verbessern, können sie ihren Power-Igel durch verschiedene Gegenstände noch mächtiger machen. Das ist auch nötig, denn so können sie es besser mit den fiesen Endbossen wie Metal Sonic und Dr. Robotnik, auch bekannt als Dr. Eggman, aufnehmen. Sonic Generations ist eine mehr als würdige Geburtstagsparty für Segas Kult-Igel. Sonic Generations ist eine mehr als würdige Geburtstagsparty für Segas Kult-Igel.